Das ist nur ein kurzer zwei Stunden... Hellenflug! Das ist ein Hellenflug. Das ist ein gottverdammter Todestrip. Jetzt hör mal bitte. Die 85er Bengals-Tour war ein Todestrip. Susanna Horfs hat nicht mal mit ihrer Mutter gesprochen. Ich muss kurz... Was, wenn sie mich passen? Die Soldaten... die werden mich umbringen. Willst du meine Luft? Ich geb sie dir. Nein! Ich will nur nach Hause. Ich glaube an dich. Er glaubt an dich. Oh mein Gott! Du solltest mal sehen, wie er dich anhimmelt, wenn du schläfst. Auf damit sofort! Sie trägt keine Unterwäsche. Du Idiot! Genau das denkt er. Du Idiot! Alles nur Rock'n'Roll, Baby. Ihr habt alle schon von Afghan Star gehört. Äh, das so da, Afghan Star... Das ist ein großer, großer Hit. Eine Fernsehshow, die aus Kabul kommt. Und ich kann euch jetzt schon sagen, wer gewinnt. Ich weiß, wer am besten ist, denn ich habe den Sieger gehört. Hier, letzte Nacht, in einer Höhle, oberhalb eures Dorfes. Mein absoluter Lieblingskünstler würde es so sagen. Come together, right now, over her. Das war Salimati! Das war Salimati! Äh, sie ist Tareks Tochter, Mr. Renz. Sie ist Tareks Tochter. Was machen wir los? Lass es raus! Ist er stolz auf sie? Das muss er. Wie kannst du es wagen? Meine Tochter, Beleidigung, Schande, Ehrverlust, endloser Tod... Und so weiter und so weiter. Tag mir! Tag mir! Halt, stopp! Keinen Schritt weiter, Salima. Seit dem Moment, als Sie mich singen gehört haben, seit Sie mich in der Höhle fanden, seit wir beide auf der Erde sind, haben uns unser Leben zu diesem Zeitpunkt an diesen Ort geführt. Richie Lenz. Unsere Geschichte wurde doch längst geschrieben. Und jetzt? Jetzt müssen wir unsere Rollen spielen. Wir müssen, wir haben keine Wahl. Es ist Gottes Wille. Okay, aber ich will 20 Prozent. Es gibt keinen Vertrag. Bloß einen Handschlag. Mehr gibt's bei mir nicht. Ein Handschlag ist mein Wort. Alla liebt jene, die gerecht handeln. Na gut. Zurück in den Kofferraum. Das war ein Witz. Ich bin Richie Lenz. Ist mir ein Vergnügen. Zeit für eine verrückte Geschichte. Ich war ein Rock-Tour-Manager. Und das sollte ich eigentlich tun. Ich sollte eigentlich mit meinem Star auf Tour gehen. Nach Afghanistan. Du singst vor 2000 geilen Soldaten. Ich drehe durch. Oh mein Gott. Tut mir leid, aber ich weiß nicht, ob du kotzt oder lachst. Ich würde mich sehr über eine Junior-Executive-Suite freuen, aber auf jeden Fall hinten raus. Raus aus den Federn. Deine Kleine ist weg. Sie hat meine Papiere und mein Geld geklaut. Ich bin total am Arsch. Willkommen in Afghanistan. Toll, bei euch zu sein. Was zur Hölle mache ich hier? Richie Lenz, ich bin Talent-Scout. Wie geht's euch denn so, Jungs? Klingt doch geil, Baby. Willkommen im Dschungel! Es muss doch einen Grund dafür geben. Ninja, das muss Schicksal sein. Ich muss nach Kabul. Ich muss singen. Okay, Schätzchen, ich will 20%. Zurück in den Kofferraum. War ein Spaß. Oh, we can make each other happen. Smoke on the water. Fire in the night sky. Danke. Haben Sie vielen Dank.